Die Magie der Zwerge hält es geschlossen. Ihr müsst den Bannstein der Zwerge zerschlagen, dann bricht die Magie des Tores. Wiesenstein? Ha! Chor, das ist keiner von uns. Endlich frei! Hatte ich erwähnt, dass ihr damit auch den Schutzkreisen ihre Kraft entzieht? Nein? Wie nachlässig von mir! Kommt zur Weide, meine Lämmchen!